Die Entwickler haben gestern Abend den Gameplay-Trailer zur Up in Schnee-Paradies-Erweiterung für Die Sims 4 veröffentlicht, welcher ebenfalls wieder einige interessante Details zum mittlerweile 36. Pack verraten hat. Eine kleine Analyse und viele neue Infos in diesem Video. Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen haben solltet, habe ich euch diesen ebenfalls nochmal in der Beschreibung verlinkt. Dieser beinhaltet einige tolle neue Szenen, wie hier eine abendliche Sicht von Mount Komorebi, in der es ebenfalls neue Marktstände und diese Bambusbäume mit diesen Kärtchen gibt. Übrigens, in der neuen Welt werden neue Festivals wie das Jugendfest mit einer Void-Kreaturenjagd, das Lichterfest mit Wünschen an die Lebenden, sowie einem Schneefest mit Schneeskulpturen und Spielen stattfinden. Was es wohl mit den Skulpturen in dieser Szene auf sich hat? Achtet hier in dieser weitläufigen Sicht der Welt auf die Sims im Wasser, in dem man ebenfalls schwimmen gehen kann. Vermutlich sehen wir in dieser Szene das Jugendfest natürlich nur mit beleuchtetem Schneedino im Hintergrund. Ob die Festivals wie ein Großstadtleben funktionieren werden, steht derzeit aber noch nicht ganz fest. Auch sonst lassen sich im Trailer die drei Regionen wieder in den unterschiedlichsten Perspektiven erkennen, wie immer in Die Sims 4 scheinen die Nachbarschaften ein einziger Hingucker zu sein. Ebenfalls ein cooles Detail, die Sims ziehen in der Wohnung die Schuhe aus. Für Spieler, die viel im Ersteller-Ein-Sim-Modus abhängen, gibt es ebenfalls viele neue Objekte, unter anderem diese bunte Frisur für erwachsene Sims, von denen wir im Spiel auch nicht so übermäßig viele haben, sowie diese drolligen Kopfbedeckungen für Kinder. Aber auch die neuen Bestreben Extremsport-Enthusiast und Erkunder von Mount Komorebi könnt ihr hier auswählen. Im Baumodus wird man jetzt auch Fundamente in verschiedenen Höhen aneinander setzen können, sogar als Dach kann jetzt ein Fundament gesetzt werden. Mount Komorebi scheint ebenfalls auf Mülltrennung viel Acht zu geben. Der Trailer gibt uns ebenfalls eine erste Sicht im Spiel auf die neuen Lebensstile, die es mit dem Pack geben wird. So wird man diese vermutlich nicht im Ersteller-Ein-Sim-Modus auswählen können, wenn diese über ein neues Menü aufgerufen werden. Laut dem Text oben spiegeln Lebensstile die Verhaltensweisen und Gewohnheiten der Sims über eine längere Zeit wider. Hier stehen insgesamt 16 Optionen wie Sitzen, Dynamisch, Gesellig, Enger Zusammenhalt und vieles mehr zur Auswahl. Manche von diesen müssen aber ebenfalls freigeschaltet werden. In Mount Komorebi können den Sims auch Insekten auf den Kopf fallen, was schon im Trailer sehr ekelhaft aussieht. Hoffentlich wird es möglich sein, mit den Coys zu interagieren. Diese Szene hat mich im Trailer fast am meisten umgehauen. Nicht nur steigen die Sims vom Boden aus direkt in einen in den Boden eingelassenen Whirlpool, nein, hier kann man ebenfalls am Fundament des Podestes sprudeliges Wasser platzieren, welches den Raum eine noch gemütlichere Atmosphäre verleiht. Wie akkurat diese Sandfelder hier platziert wurden, wow. Im Schneegebiet von Mount Komorebi kann man durch den mit Wolken verborgenen Gipfel vielleicht erahnen, dass die besteigbare Spitze des Berges vielleicht ebenfalls mit einem Ladebildschirm erreichbar sein wird. Auch zu den neuen Kletterwänden gibt es neue Infos, wenn die Sims von diesen herunterfallen, können diese ebenfalls sterben. Aber auch die Automaten, an denen man Getränke kaufen kann, stellen eine neue Todesart dar. Neue Techtel-Mächtel-Orte sind der Whirlpool und die Eishöhle, welche man ebenfalls im Trailer erkennen kann. Mit dem kommenden Update vor der neuen Erweiterung wird es ebenfalls möglich sein, jede Welt in die Sims 4 als Urlaubswelt zu bereisen, eine spannende Neuerung, wie ich finde. Und als letztes noch eine kleine Info, der Leak zur Weltenkarte war ebenfalls echt. Diese kann man aktuell auf der EA-Seite interaktiv erkunden und beinhaltet 14 neue Grundstücke. Übrigens, bei Instant Gaming könnt ihr die neue Up-in-Schnee-Paradies-Erweiterung für nur 26,89 Euro vorbestellen, also rund 33% günstiger als bei Origin. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Was denkt ihr über die Erweiterung? Hat der Trailer das Pack für euch noch spannender gemacht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017